Gar nichts mit diesen Schockdrohnen, Alter. Komm, wir machen Hot Breaches, ey. Ich kann das nicht. Ich mach das hier oben. Alter, du kranker Kunde. Du bist drin bei A. Ja, das Blöde ist nur, dass sie mir die Breaching Charge weggeschossen haben. Ich komm rein. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Pass auf, da ist jemand im Nebenraum. Oder? Ich lege. Räumen sie weg, ey. Oh, ist das geil! Fuck! Shit, sorry, der hat mich geholt. Das sind meine Claymore. Pass auf, da kommt's. Ich bin tot. Achso, ist auch tot. Ich lag in der Claymore und da hat sie mir so frühstab zugerassen. Shit, man, Alter. Das war ich. Das war ich.